Oh, da hat er auch noch. Die Spinnen sind gerade die größere Bedrohung. Okay, Mr. Harupier. Mr. Harupier wieder. Ich komme gleich mit dem Spinnen. Okay. Ich komme hier aus der selben Passage. Dann gucke ich mit den Augen in den Himmel. Da muss ich wenigstens keine Achtbeiner sehen. Es sei denn, es kommt eine vom Himmel gefallen. Na, du hast ja eine. Okay, haben wir uns ja nicht. Ich meine, ich bin... Dieser Regen an Federn. Sie sind ganz nett. Sie sind ganz nett. Konfetti. Verdammt. Und ich habe noch 16. Oh. Kugel und... Ah, das ist so doof. Aber es war eine Frage der Zeit, bis wir zu dem Himmelsinseln reisen müssen. Oh. Oh. Ich bin bei eine 16 Munition geklaut. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ich bin da hingeschubst. Ich bin da hingeschubst. in den letzten Level. Ich bin da hingeschubst. 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 Und wo bist du? Woher schießt du? Ah! Nein, ich bin da. Serious Bomber! Hey. Da haben wir noch Geld. Wir sind vor allem irgendwo noch Gegner. Ja, da unten. Mein Fluggerät. Der Fluggerät! Hm? Der Gerät! Ich habe das mit der Maschine zur nächsten Insel überfliegen. Ah, da oben ist Münze. Ah, dann schnapp du dir mal die Münze. Ja, wenn ich denn wieder hochkomme. Wahrscheinlich Rocket Jump. Ah, hoffentlich nicht. Ich muss eigentlich über die Felsen hochkommen können. Ja. Hast du ein Skyrim-Pferd? Nee. Nee! Du bist ein Skyrim-Pferd. Nee! Ich glaube, ich so, Mann. Ach, wie kannst du mich tragen? Du bist ein Pferd. Müdeswert. So, immer schön auf Boden bleiben. Nee, nicht so vocês rutschen vielleicht. Mooi scrollen wemente rutschst du vielleicht runter. Ja. Nur 최förter. Nein, 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 nein... Hören, Spiegel. Ja. Haben die aber schlecht programmiert. Geht's nen besonderen Grund, warum du diese Balance abschießt? Kommen da Feinde? Sonst? Da war n Fässer dran. mein solcher sittigen tag hier sogar ein teleportationsportal wenn du alleine entwickler warum auf so engem raum ich bin zwar nicht tausendophobik aber wirklich so einen engen raum oh gott ah oh man alles zu bewegen gegner oh ne okay okay und sind wir endlich da oh nein es kommt bei mir geht wer denkt sich so eine scheiße aus die entwickler ja nicht weiß ich sage schon lustig nicht wirklich oder hörst du wie ich lache rapi ja chi 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 oh kiesel natürlich kiesel ich konnte nicht mal dem ausweichen auf so engen raum höhnchen ja ja hirnstein lockt Da steckst du schon noch die Felsen, Feiglinge. Kann ich abspringen nach unten? Ich will nicht mehr auf diesem Ding sitzen, ich habe höhen Angst. Jups. Nichts egal. Ja, Geld. Und Seriousbombe. Oh nein, cool. Ich habe nur Kiesel gehört. Oder ein Tank. Keine Angst. Aua. So, rapiert hier irgendwo eine Seriousbombe? Ja. Hallöche, meine Schöne. Rechenende. Das heißt, wir können demnächst mehr verdient benutzen. Hallöch. Du wirst schon noch als würde dich automatisch doch so ein bisschen Bomben wechseln, wenn ich etwas sammle. Ja, ein bisschen doof. Mhm. Hier ist eine unsichtbare Wand. Schade, 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 schade. In der nächsten Arena ist das zweite Secret in diesem Level. Hi Kiesel, ich denke, ich hätte dich nicht gesehen. Und gehört. Hier oben sind Vögelstatuen. Ich habe hier so den Kopf... Ja. Boah, Kiesel. Ich habe den Kopf nur betrachtet und dann im Augenwinkel gesehen. Hey, Kiesel. Hier ist Kiesel. Kiesel, Kiesel. Und die Vogeldamen. Ach so. Ich habe rülpieren. Was dann? Hau... Kieh... Hühnchen. Was? Wow! Hinter mir! Unverschämt! Ja, lauf weg, hä? Wieso hat das nicht aus dem Kreis gedreht? Mhm. Oh mein Gott. Hier kommen alles Mögliche in mir entgegen. Nicht so nah. Social Distancing, okay? Mhm. Die Harpie machen das richtig. Die bleiben schon auf Abstand. Vor allem hat das Hühnchen nicht ganz gut getragen. Aua! Sehr unverantwortlich. Nein! Ziemlich... Ziemlich unverantwortlich mit dem Hühnchen. Echt mal. Ihr Leben auffrischen. Und... Rüstung auffrischen. Alles auffrischen. Mhm. Das war geschmackigste Bauwerke, diese Inseln. Außer welchen? Haha! Wahrscheinlich konntest du ausweichen, weil er es auf Rappi abgesehen hat. Ja. Also wenn ich über die Insel herunterschießen kann. Okay, wann reicht's denn mit denen? Oh, dieses Federkonzert. Ich hab nur noch 161. Munition. Meine Uzi. Noch mehr Bälle. Sehr viele Bälle. Aua! So halten die eigentlich einen Raketenwerfer aus. So dumm. Wagen, ich sorge. Keine Raketenunition mehr. Ach, Mann. Das sind auch noch 100 Schuss. Möchten vielleicht noch mehr Leute kommen! Kugel zerstören. Also den Stein und den Felsen... Stein im Maul der... Maul. Im Schnabel der Fels... des Felsvogels. Mit was? Habe ich nicht mehr. Habe ich nicht mehr. Entscheiden machen. Wir haben jetzt den Reporter wieder. Ey, schieß Bruder! Yay! Oh! Weh an! Hinter dir! Hä? Komm, genau, runter. Was hinter mir? Achso, Bären. Nimm mal drei Bären hinter dem Stein. Ich dachte, wir werden jetzt Gegner! Mach doch nicht sowas. So... Okay, machen wir die... Schießbrunnen hier. Ich glaube, da außen wird nichts, Rappi. Hm... Okay, bin rausgekommen. Was soll ich machen? Also... Was ist das nächste Secret? Schieb mich doch nicht beiseite! Sorry. Das ist nämlich das letzte Secret. Die... Ich spring gleich von der Insel. Ich muss aber kein Bullseye, oder? Jep. Schießt von Markt. Jetzt muss ich doch Bullseye. Jep. Äh, nicht mit der Bombe. Das wäre hoher Kill. Ja, ich weiß einfach die Serie sein, warum wir dagegen. Da muss man denn... Oder muss man den Ball gegenwerfen. Was für ein Ball? Ja, wahrscheinlich. Passt. Was? Ja. Genau, jetzt in Wasser geleandet. Nur für'n Leben. Wow. Was? Gegner! Ah, Hühnchen. Hühnchen. Hühnchen was anderes. Gürst du dich auf die Insel? Ich hatte keine Raketen mehr. Ja. Hier ist da Hühnchen. Bäm. Wir haben nur drei Versuche. Verdammt. Wir haben nur drei Versuche, die alles zu werfen. Dann mach du. Verdammt. Ich hab kein Talent für sowas. Ich lehn mich mal zurück. Ja, ja. Ich hab geschafft. Ja, jetzt kommst du aber rum mit zwei. Hast du den auch noch? Wahrscheinlich. Was? Was? Physik-Engine. Ja, danke. Ah, danke. Was ist das denn für'n Betrug? Eigentlich hast du ja getroffen. Hm. Danke auch. Ja, war da unten. Ich hab's den. Vielleicht ist das. Der. Voll der Scammer! Ich hab. Du musst ihm mingenbern nichts. Ja, dann einfach weg. Egal. Christfärchen. Flaschen. Ja, weiss ich gris. Gut. Die Inten schaffen, dann ist der Endboss. Der Skabiertl auch durch. Der Endboss. das hat sich so an als wäre das endboss vom spiel na gut ich war vom kapitel der boss ja jetzt lieber andere munition vogeln geschütze denkt ihr versucht sie auf mich zu lenken die bälle kommen gerade zu mir misst dabei munition wird ja ich weiß zweite flugstunde warum ist ein schatz auf dem stein das war nicht mal ein geheimnis was zur hölle wir haben alle ganzen so viel mühe gegeben wer weiß alle ganzen so hier versteck ich habe jetzt mal gucken ob der rappel mich findet über die schüler und ich weg naja ich bekomme ja ein teleporter das wenn du weg fliegst aber schon ich habe übrigens mein versteck verlassen also von daher brauchst du nicht mehr zu suchen ich komme nicht hoch jetzt wird auch hier niemals erfahren wo das versteck war ok zwei chicken ich weiß auch unten dazu aber ich komme da nicht hoch ja springe aber davon ab das nervig ja ich bin wohl hier fand mir ist das gar keine so dass man unterfällt so jetzt müsstest du die nächsten inseln drüber warum kann man sich direkt bei der insel mit dem boss anfangen ja das ist so dumm ne durch hat mir weniger spaß gut diese fluggefähr hast du dann eher weniger spaß hi meine volle motion für die wichtigen waffen ja schon wieder die wichtige waffe also mein raketenwerfer ist leer das sind ballons abschießen oh god dann sind weit genug weg ja ich habe einen getroffen yay das sind die hawks ja komm man da mit den jetpacks oh oh heli ho 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 unterseite kommen noch einer bei mir ist er erst in die existenz gekommen als du ihn zerstört hast der letzte neva das ist